Und schon wieder sitze ich auf meinem Lieblingssteinhaufen neben dem Veloweg zwischen Löningen und Gächlingen. Schon diese zweite Steinigung, was waren das für brutale Zeiten in der Apostelgeschichte? Und zum zweiten Mal endet die Steinigung tödlich, wenigstens fast. Dabei fährt das 14. Kapitel der Apostelgeschichte ja eigentlich relativ gut an. Paulus und Barnamas gehen nach Ikonion, sie erzählen von Jesus, es kommen Menschen zum Glauben und sie merken es gerade noch, wo die anderen kommen und sie schlecht machen, sie merken es gerade noch, dass die Leute zu Stein greifen und flüchten können. Und sie machen das, was sie immer machen, sie gehen weiter nach Lystra, sie erzählen von Jesus, es kommen Menschen zum Glauben und das Mal freuen sich die Leute. Also nachdem durch Paulus das grosse Wunder tut, wo plötzlich ein Mensch wieder laufen kann, der von Kindesbeinen an gelähmt war und die Leute kommen und freuen sich und sagen, die Götter sind Menschen geworden und sie packen sie und sie nehmen sie auf die Schulter und sie wollen eine grosse Party feiern. Ich habe das übrigens schon einmal gesagt, ich finde, das sollte man viel häufiger machen. So vor dem Pfarrhaus Löningen Hurra, Hurra schreien und dann mehr auf den Schultern raus tragen und sagen, super, super, super und dann Stier bringen. Ich habe gerne Fleisch, früher war ich Vegetarier, aber heute nicht mehr. Und dann eine grosse Party zu meiner Ehrfeier, das sollte man viel häufiger machen. Okay, die Geschichte geht nicht gut aus. Wahrscheinlich ist das kein guter Traum, dass das die Menschen machen. Weil es geht dann ganz schnell, wieder kommen Leute und das Mal geht es ganz schnell. Sie steinigen den Paulus und sie schleifen ihn aus der Stadt raus, weil sie glauben, er sei tot. Dann geht es ganz banal weiter. Als seine Jünger dann auch zu ihm gekommen sind, nachdem der Mob fertig war, seien er aufgestanden, wieder in die Stadt reingegangen und am nächsten Tag seien sie weitergezogen. Der Paulus war also schon hart im Nähen. Wird man gesteinigt, als tot liegen gelassen und am nächsten Tag geht man einfach weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Wobei es ja da schon auch eine Art Theorie gibt, dass der Paulus könnte bei dieser Steinigung doch Schaden genommen haben. Es gibt ja diesen bekannten Vers aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Kapitel 12, wo er schildert, wie er offensichtlich Schmerzen hat, grausame Schmerzen, wie ihn der Satan mit den Fäusten schlägt. Und am Ende des Galaterbriefs will er einen Schreiber, will er einen eigenhändigen Briefschluss schreiben und schreibt dort, schau mal, mit welchen grossen Schriftzeichen ich schreibe. Möglicherweise hat er doch Schaden genommen, aber abbringen hat er sich nicht gelassen. Sie gehen weiter und was machen sie? Sie erzählen von Jesus. Menschen kommen zum Glauben. Und an dieser Stelle könnte man sich einmal fragen, was ist eigentlich Erfolg? Zum Beispiel im Pfarramt. Ich meine, sie müssen flüchten von Ikonion. In Lystra wird es noch brutaler. Was heisst eigentlich Erfolg? Ich glaube, das wird dann gegen den Schluss des Kapitels erklärt, wo sie wieder zurückkommen. Und der Paulus geht wieder nach Lystra in die Stadt, wo er gesteinigt worden ist. Er geht wieder in die gleiche Stadt. Und dann gibt es einen kleinen Vers, wo der Paulus Älteste einsetzt. Ist das Erfolg? Ich glaube, ja. Bis jetzt ist der Paulus durchs Land gezogen, hat von Jesus geredet. Menschen sind zum Glauben gekommen und sie sind dann wie eine Art auf der Paulus angewiesen geblieben. Aber jetzt plötzlich passiert etwas, was zum ersten Mal auftaucht. Der Paulus setzt Älteste ein. Lokale, Verantwortliche. Menschen vor Ort. Und mit dem werden die Gemeinden mindestens weniger abhängig vom Paulus. Jetzt haben sie Verantwortliche, die bereit sind, geistliche Verantwortung zu übernehmen. Jetzt haben sie Menschen, die sich um sich kümmern und die Gemeinden sind nicht mehr von Paulus abhängig. Das, glaube ich, ist Erfolg im Pfarramt. Morgen geht es weiter. Tag einem nhau. Tag einem Winke.